mein rocket league freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge ich werde heute mit euch noch eine runde rocket league spielen vielleicht machen wir einen kleinen stream der so bis 0 uhr 15 geht weil ich habe keinen bock heute richtig lange live zu bleiben also bleibe ich doch lieber bis 0 uhr 20 fürchten live das heißt wenn das video zum 23 uhr irgendwas bilden das video um 23 uhr irgendwas geblendet ist dann ja ich weiß warum bin ich nicht gesprungen gerade ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hätte beinahe ein 2-0 rausgeholt, ne? Ich hätte beinahe ein 3-0 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 rausgeholt, ne? Was ist das? das ist nicht so schnell Oh, Lidder. Was war denn das von meinen Team-Mates? Voll das korrupte Team hier auf einmal, ne? Ich stehe so gut in der Ecke. Ich stehe einfach nur so kurz. Ich stehe so kurz. Ich stehe so kurz. Ich stehe so schnell. Ich stehe so kurz. Ich stehe so kurz. Ich stehe auf einmal. Ich stehe so kurz. Wir werden dann. Ich stehe über die Angelegenheit. Wir werden jetzt wieder nach oben. Wieso komme ich immer in einer Runde, wo jemand mit Silber 3 ist? So Leute, hat doch Spaß gemacht, ne? So was war, dass ich ein paar, ein bisschen leise bin, das macht er eigentlich gar nicht. Ich muss auch ein paar mal leise sein, sonst kann ich nicht sehen, was passiert, sonst kann man nicht wissen, was und genau so kommt. Ich weiß noch, was ich dieses Jahr alles machen werde. Es wird krass, also schaltet man nächstes Mal wieder ein. Ich verabschiede mich für den Tag heute, sehen wir uns auch morgen wieder im nächsten Video. Vielleicht, ja, morgen kommt vielleicht Kyle Rocket League, also keine Angst. Tschüss!